Mit weltweit über 16.000 Mitarbeitern löst Seilem Wasserprobleme für die unterschiedlichsten Anwerken. Unsere Produktpalette bietet eine vielzahner Lösung für den gesamten Wasserkreislauf. Unsere Vision ist es, dass Seilem eine Welt geschaffen haben wird, in der Wasserprobleme nicht länger die menschliche Gesundheit, Wohlstand und nachhaltige Entwicklung beeinflussen. Die Hauptprobleme unserer Kunden bestehen aus hohen Betriebs- und Investitionskosten, steigendem Energieverbrauch und die Verschwendung von wertvollen Stoffen in dem Wasser und dem Wasseransicht. Um unsere Vision zu erreichen, gilt es die Probleme unserer Kundenkunden. So kann Wohlstand nur erreicht werden, wenn sich die Produktkosten senken und durch Wiederverwendbarkeit von Wasser wieder decken lassen. Dann können wir Produkte liefern, die für Menschen und Gemeinschaften erschwinglich sind. Mit Produkten für die Wasserbeschaffung und Wasser- und Abwasserreinigung werden wir die Gesundheit nachhaltig erhöhen und sicherstellen, dass die Notwendigkeit einer biologischen Behandlung erkannt wird. Wir wollen Lösungen, die es allen ermöglichen, an Frischwasser in der Nähe heranzukommen. Dies versuchen wir unter anderem auch durch die Ausweitung unserer Watermark-Aktivitäten in Entwicklungsländern zu erreichen. Die nachhaltige Entwicklung von Lösungen ist ein wichtiger Teil unserer Vision. Unser Fokus liegt auf der Schlammbehandlung und der Gewinnung von seltenen Mineralien wie Phosphat und der Wiedergewinnung von Energien, die in Schlamm stecken. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Kunden die richtigen Lösungen und den lokalen Support für ihre Bedürfnisse erhalten, d.h. Produkte und Dienstleistungen für die Region in der Region zu entwickeln. Um stets wettbewerbsfähig zu bleiben, wird unsere Strategie weiterentwickelt. Den Fokus legen wir auf Innovation durch die Entwicklung intelligenter Lösungen und der Digitalisierung der Wassertechnik. Wir wollen differenzierte Lösungen anbieten und zukünftigen Kundenanforderungen durch die Umwandlung bestehender Produkte in intelligente, vernetzte Geräte gerecht zu werden. Wir stellen sicher, dass unsere Kunden qualitativ hochwertige Lösungen erhalten, wenn sie sie benötigen und aus zukünftigen Kostenverbesserungen profitieren können. Auf diese Art und Weise treiben wir das Wachstum von Treatment in der Zukunft voran, sodass der Zugang zu Wasser keine Barriere für Gesundheit, Wohlstand oder die nachhaltige Entwicklung mehr darstellt. So kommt Seilum seiner Vision immer einen Schritt näher.